Die Top 5 Pinselbehälter – praktische Aufbewahrungslösungen für ihr Malzubehör Ich habe mir kürzlich den Ubitri Cosmetic Organizer mit drei Fächern gekauft und bin unglaublich zufrieden damit. Das Design ist modern und elegant, und die Kristalldetails verleihen dem Organizer eine zusätzliche Note von Raffinesse. Ich benutze ihn täglich, um Parfüm, Eyeliner, Lippenstift und Wimperntusche aufzubewahren und er hält alles perfekt organisiert. Das Material ist von hoher Qualität und ich erwarte, dass er mir lange Zeit dient. Ich kann den Ubitri Cosmetic Organizer jedem empfehlen, der seine Kosmetikprodukte stilvoll aufbewahren möchte. Ich kann den Cosmetic Organizer von Halyangxi nur empfehlen. Die Kombination aus Gold- und Glasoptik sieht nicht nur elegant aus, sondern bietet auch viel Platz für meine Lieblingskosmetikprodukte und Pinsel. Die Größe des Organizers ist perfekt, um ihn auf meinem Schminktisch oder im Badezimmer aufzustellen. Der Organizer erleichtert mir meine tägliche Routine und hält alles ordentlich und griffbereit. Ich bin sehr zufrieden mit meinem Kauf und würde ihn jedem empfehlen, der nach einer stilvollen und praktischen Möglichkeit sucht, seine Kosmetik zu organisieren. Ich liebe meinen iDesign Make-Up Organizer. Er ist perfekt für meine Pinsel, Liner und Lippenstifte. Das graue Kunststoffdesign passt perfekt in mein Badezimmer und passt zu den anderen Gegenständen auf meinem Tisch. Mit seinen drei Fächern kann ich alles leicht zugänglich halten und meinen Kosmetikbereich organisiert halten. Die Qualität des Produkts ist hochwertig und ich bin sicher, dass es mich noch lange begleiten wird. Ich würde es auf jeden Fall jedem empfehlen, der nach einem stilvollen und funktionalen Kosmetik-Organizer sucht. Ich habe vor kurzem den Meng Haarshop Stiftehalter gekauft und bin wirklich beeindruckt von diesem Produkt. Die runden Eisenkunstkonstruktionen mit Durchbruch in einem Design geben diesem Stiftköcher eine sehr ansprechende Ästhetik und macht ihn zu einem tollen Schreibtisch-Organisator. Es ist auch multifunktional, da man ihn nicht nur als Stiftehalter verwenden kann, sondern auch als Make-Up-Pinselhalter. Die 8 cm Durchmesser sind perfekt und können problemlos auch große Stifte aufnehmen. Es wird auch in einem Set von 2 verkauft und ist ein tolles Schnäppchen. Ich würde es auf jeden Fall wieder kaufen und kann es jedem empfehlen, der nach einem stilvollen und praktischen Stiftehalter sucht. Ich habe den Ruiting Aushöhlen Stifthalter gekauft und bin sehr zufrieden damit. Der goldene Zylinder sieht auf meinem Arbeitstisch sehr schick aus und hält all meine Stifte und sogar einige Scheren und Klebestifte. Der Stifthalter ist aus Eisen gefertigt und fühlt sich sehr robust an. Ich habe ihn auch schon als Make-Up-Organizer benutzt und er hat sich als sehr praktisch erwiesen. Alles in allem ein tolles Produkt, das ich auf jeden Fall empfehlen würde. Denken Sie daran, dass es weitere Informationen und Produktlinks in der Videobeschreibung gibt. Wir sehen uns im nächsten Video.